Zum zweiten Jahrestag des Krieges in der Ukraine haben in Berlin mehr als 150 Menschen für Frieden demonstriert. Die Teilnehmer forderten einen Waffenstillstand, ein Ende der Waffenexporte und einen Rückzug Russlands. Aufgerufen hatte ein Bündnis von verschiedenen Friedensorganisationen. Unter den Rednern war auch die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Margot Käßmann. Ich wünsche mir persönlich und ich denke die ganze deutsche Friedensgesellschaft so schnell wie möglich einen Waffenstillstand, damit nicht noch mehr tausend Menschen sterben müssen. Und das kann durch massiven Einfluss auf Russland, den Kriegsverbrecher ganz klar möglich sein, etwa über China und andere mehr. Oder wie Heribert Brandl, der Journalist, mal sagte, Verhandlungen können auch herbeiverhandelt werden. Ich bin für Frieden. Ich möchte, dass verhandelt wird, auch wenn ich glaube, dass es schwierig ist. Vielleicht ist die Zeit auch noch nicht da für Verhandlungen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Verhandlungen irgendwie von Europa aus, von uns aus, angestrebt werden müssen. Wir können die nicht selber führen, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, wir müssen sie einfach einfordern. Ich glaube, der beste Zeitpunkt, um einen Krieg zu beenden, ist heute. Und wenn das nicht geht, dann eben morgen. Aber das ist natürlich eine schwierige Frage, denn wir wissen ja, dass die russische Regierung und insbesondere Wladimir Putin nicht wollen, dass er endet. Sie dehnen ihre Herrschaft in die besetzten Gebiete aus. Das Einzige, was wir machen können, ist den Menschen in der Ukraine zu helfen, denn sie sind die Opfer dieses Krieges. Die Teilnehmer liefen mit Kerzen vom Reichstag zur russischen Botschaft. Dort fand eine Abschlusskundgebung statt. Die Organisatoren hatten in Berlin eigentlich mit etwa 600 Teilnehmern gerechnet. Laut Polizei kamen aber nur etwa 160. Am Samstag sind weitere Demonstrationen, unter anderem in Frankfurt am Main, Stuttgart, Köln und Hamburg geplant.